einen wunderschönen guten tag meine freunde was geht und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf diesem wundergeilen frischen kanal wir sind heute gar nicht bei uns auf dem server unterwegs nein wir sind wo ganz anders wie ihr sehen könnt befinde ich mich auf main tenia meine freunde main tenia ist ein neues projekt unter anderem vom abge ich werde jetzt nicht alle namen aufzählen müsst euch selber schlau machen ich möchte aber hier dadurch niemanden in der wert schätzen also da stecken mehr leute dahinter als nur abge das wollte ich sagen 437 spieler sind gerade drauf können sie mal ein bisschen in der lobby umgucken da ist dann auch noch mal ein kleiner abgegrieft da kommt man dann scheinbar direkt auf griefer games so ich gucke mich gerade mal hier so ein bisschen um ich war ein einziges mal schon mal drauf und ich glaube wirklich das hier ist nur die lobby und man kann hier gar nichts machen ist einfach nur eine schöne stadt mittelalter dörfchen das ist halt zum gucken kannst du rumrennen oder blöde labern so wie ich war hier mit der ehrenhalle hier könnte übrigens gucken wir alles im team ist hier sind content leute hier sind die map designer bei ihr die derste hidden der luka hidden kenne ich hier ist glaube ich irgendwo der kopf hat abgegewiesen da da ist ein kopf also scheinbar sind dass die server chefs die inhaber da haben wir noch mal designer supporter einer also baut hier keine scheiße der arme muss uns alles alleine machen sollen hier seht ihr noch mal wo die ganzen admins system admins sind guck der bantor ist also auch hier der bex ist auch hier ja der abg ist auch hier und er nina gornas den kenne ich zum beispiel mina gornas sagt mir gerade gar nichts weil ich gerade überhaupt nicht wer das ist aber ist ja nicht schlimmer muss ja auch nicht alle kennen und ich vergesse ja immer die hälfte also von daher ist irgendwie alles gerecht verliegen zum hoch immer schnell kommen hier oben nicht schade ich dachte mir also ein secret weiß aber so um die ecke luren vielleicht gibt es irgendwo ein verstecktes bier für den horst also lieber ab wenn du das hier siehst bitte irgendwo ein bier für den horst verstecken das wäre ganz lieb von dir scheinbar gibt es ja auch ein bisschen jump run wenn man bock drauf hat wir wollen aber erst mal rein ins getümmel und gucken uns mal den server als solches an wir kommen bei netted raus wie gesagt ich war ganz ganz kurz hier mal drin und habe mich ein bisschen umgeguckt und das ganze ist sehr ähnlich aufgebaut wie zum beispiel skyblocks bei highpixel wir haben quests sehen wir jetzt in der mitte unten dass wir gerade mit den bewohnern sprechen sollen und da wird es dann wahrscheinlich weitergehen also wir könnten ja mal mit den albrecht sprechen ja noch ganz viele fragezeichen ist irgendwie so ein bisschen immer typisch und wie du siehst und wie ihr seht haben wir eine quest bekommen ich habe dadurch die ganze quest abgeschlossen habe ich mit den anderen schon geredet ich bin nur ein bisschen durch die gegend gelaufen eigentlich viel mehr habe ich gar nicht gemacht ein bisschen strange so albrecht das hat super geklappt spricht mich noch einmal an um die nächste aufgabe zu bekommen und 50 münzen habe ich auch gekriegt und hier stehen dann auch die quests drinnen die man dann annehmen kann warum nicht haben wir mal angenommen so und jetzt ist die frage also er hat gesagt die quest wäre gewesen mit irgendjemandem sprechen jetzt wäre die nächste mit den reisenden sprechen reisender und ich frage mich ob es den quest locken wir gucken mal ganz schnell ins spieler menu das wäre vielleicht wichtig aber das quest lockt heißt hier also aufgaben buch weil sie euch zurecht sucht hier habt das ein rucksack haben wir sehr schön perks aber was gibt es denn hier alles nur voll nur voll ist beides ist das irgendwie einmal allein ach nee hier kann ich dann kaufen das nur die beschreibung alles gut ich habe nichts gesagt dass man nicht fallen kann oder dass man keinen schaden bekommt ah ja okay kein schaden kein hunger nacht sich das sehr gut und unter wasser atmung diese perks kann man kaufen für diese münzen die man hier sammeln kann was können wir noch alles machen schnell reise system gibt es auch okay die plätze sind natürlich noch leer weil ich noch nichts gefunden habe chat einstelle und freunde ich habe natürlich keine den horst mag halt nun mal eben jemand aus ist ein ganz arme wurs ja ich würde sagen so jetzt einfach mal schnell den reisenden ich würde mich gerne in dieser folge so viel wie möglich angucken und wenn ihr wollt dass ich solche videos öfters bringen oder vielleicht sogar hier ein bisschen weiter mache dann schreibt sie in die kommentare und verprügelt den like button nicht vergessen der ist wichtig übrigens eine anmerkung an dich lieber abge was soll das warum steht hier eigentlich ein ausbilder horst rum ja der warum sieht ja nicht so aus wie ich was soll denn das also der hätte auch mal zumindest hier hätte bier stehen können ja also lieber abge das ist ein ganz großer kritikpunkt ich bin sehr dafür und meine zuschauer bestimmt auch dass wir dort einen bier platzieren ja ich finde das nicht nett von dir dass da kein bier steht müssen jetzt irgendwo wie gucken wir noch ein quest wir müssen den reisenden sprechen richtig so story quest an die o da haben wir jetzt eine moment nehmen wir mal hier quest anzeigen quest verfolgen aha man kann sogar sagen welche quest man gerade aktiv benutzen möchte und da können wir noch mal die quest quasi nachlesen wir müssen mit albrecht sprechen so wer war denn albrecht war das nicht gerade eben der mann da oben ist ja nicht albrecht ich kann mir namen so gut merken so aus den augen außen sind es ganz schlimm bei mir will mich echt freuen wir mir irgendeine was zu wirft so nach dem motto ja hier ist albrecht mit dem aber doch gerade schon gequatscht fest abgeschlossen ich jetzt noch mal 50 münzen kriegt du hast die quest quest annehmen abgeschlossen aber das war auch tatsächlich die quest ich glaube ich habe es verstanden alles gut abgelegt verprügeln hier gucken sprich mit reisen der also der kompass hilft dir bei manchen aufgaben richtigen weg zu finden seht ihr müsst das auch lesen was da drin steht weil da steht quasi drin was die quest für euch bringt oder wie die quest funktioniert wie ihr seht der kompass sollte mir den weg weisen nutzt gerade kompass falsch aber ich krieg's nicht hin in die oder jetzt also da müssen wir hinlaufen also wir müssen den reisenden finden und da ist aber auch gefunden noch nicht mal hier richtiges bier ab was ist hier los ach so ihr habt versucht er ich sehe es alles kein bier wenn man auch mittelalter darf man richtige vier gläser verwenden da muss man nicht so was hier nehmen das geht so nicht so jetzt dürfen wir schnell reise menü auch einfach mal angucken geht zum teleport stein und klick ihn an findet den teleport stein sondern immer wieder unsere von kompass in die hand der sagt uns ja wo wir hin müssen jetzt dreht aber kurz durch ist jetzt gerade irgendwie der dreht ein bisschen durch okay wir laufen ein bisschen weiter ich gerade schon gemerkt manchmal muss man woanders stehen damit der funktioniert könnte das teleport stein soll ist ja eigentlich die ender chestner jetzt case opening hier gibt es auch also kisten und seht ihr das unten im im schnellmenü da sehe ich den kompass und da funktioniert er scheinbar auch ein bisschen besser irgendwie so okay wir gucken mal was hier so ist hier ist der gerald gerald ist auch so ein bisschen angeschnitten aber da ist der teleport stein wir klicken ihn mal an wir haben den teleport stein jetzt könnten wir also wenn ich es richtig verstehe können wir jetzt einfach wo ist unser teleport menü gewesen hier jetzt können wir da drauf klicken und jetzt immer wieder hier also sie haben ein komplettes schnellreisesystem so was wie in skyrim das habt ihr bestimmt schon mal gesehen finde ich also gar nicht mal so schlecht es könnte sein dass ich mal im urlaub hier ein bisschen spiele mal gucken meine freunde je nachdem wenn er sagt ihr wollt dass ich das natürlich ein bisschen aufnehmen dann mache ich das nicht ohne euch das ist klar versprochen aber jetzt für den anfang sind wir erst mal hier und gehen die ersten quests zusammen durch ja weiter geht's wir müssen jetzt zurück zum reisenden alles klar da machen wir immer da hinten so und schon sind wir wieder da zack gehe zu lydia nur warum nicht können wir natürlich auch machen keine aufgabe zu erfüllen reden mit lydia um diese quest zu beenden und jetzt müssen wir lydia finden jetzt die frage wie gesagt der kompass dreht gerade schon wieder durch der ist ein bisschen ich vermute man muss immer an einer gewissen stelle stehen dass er wirklich gut funktioniert weil jetzt gerade jetzt jetzt zeigt er mir ein bisschen mehr an der dreht halt manchmal ein bisschen durch ist halt die frage warum hier ist irgendwie was ist es der könig ne warte kommen da steht kommen also wir sind rekrut ihr habt auch keinen rang hier tatsächlich ach ja alles klar so lieber hdf killer mein freund ja was spielst du eigentlich hier rum was ist denn mit dir ist ein spieler von uns der hdf killer das gibt es gar nicht das ist auch hier der war im team also das gibt es überhaupt nicht will man hier alles wieder trifft da kannst du mal sehen die leute wollen sich auch mal was angucken ist mal was neues mal was anderes da muss man natürlich reingucken vor allem sowas kennt man ja eigentlich nur von hypixel und hypixel ist ja sehr ich sag mal so international und jetzt haben wir mal ein server der schön deutsch ist das heißt wir können hier auch mal ein bisschen so was wie grinding in deutschland machen weil ich auch ganz toll finde also warum nicht habe ich auch bock drauf so jetzt laufen wir mal hier weiter also wir müssen lydia finden das wäre so fast schon die letzte aufgabe für heute da ich habe den namen gesehen pass auf lydia ich komme lydia du hast kein skin bei mir aber es macht nix lydia sprich mit lydia und sprich mit jacob lydia so wo sind jacob jetzt also das ist jetzt komisch ich muss lydia und jacob finden weil ich ob der jacob da guck mal da steht er direkt und sagt nix jacob mensch wir müssen auch mit dir muss ich reden ich muss mit jedem hier reden ist aber aufgefallen das schöne ist ja lieber jacob sind ungefähr 8000 spieler gewesen in den letzten paar tagen und 8000 leute haben dich angelabert bist du nicht langsam auch ein bisschen müde oder wie ist das bei dir so nicht okay aber noch eine quest bekommen jetzt sieht so aus quest anzeigen jetzt müssen wir doch wieder zu lydia also zuerst mit jacob rin und dann mit lydia also wer das hier sieht ihr wisst jetzt bescheid meine freunde und hier haben wir jetzt also noch mal mit heinrich sprechen ja da müssen wir ja mehr reden als alles andere so diese typischen games wo man mehr am quatschen ist als heimlich ich komme so der heimlich deine tante hat nach dir gefragt so jetzt muss ich aber auch schon wieder mit der tante reden und ich weiß nicht wo mein zuhause ist das wird ja immer lustiger hier also es gibt hier irgendwo der moment die haben doch gesehen er hat noch irgendwo nicht gelehrte ich bin mir ziemlich sicher dass wir vorhin einen punkt hatten und an diesen einen punkt dann bin ich mir absolut sicher habe ich ein mpc gesehen der hieß tante und habe ich mir noch gedacht tante emma aber jetzt noch mit die einrich hat glaube ich muss noch quatschen die wilhelm jetzt müssen wir halt mal rausfinden wer will heim ist dann werde ich glaube ich glücklich dann wäre ich zufrieden ich weiß bloß nicht wo der sein könnte war das jetzt ein bug und leck oder bin ich jetzt hier hat mich irgendeinen admin hier in tp hat er nicht das ist glaube ich ein leck gewesen ihr müsst euch vorstellen 372 spieler das ist natürlich auch mal eine ansage ich glaube am release amt 800 wo ich da mal kurz drauf war da war natürlich so ein bisschen für die hardware zu viel da gab es wohl auch das ein oder andere problem was ich mitbekommen habe ich habe von abgedacht video gesehen ja ist manchmal nicht einfach wir haben auf jeden fall wilhelm gefunden und wilhelm sagt dass wir mit fritz sprechen das ist ja unfassbar also das ist ja heute guck mal was wir auch alle schon sammeln das ist toll jetzt müssen wir noch rausfinden wer fritz ist am ende ich sage am ende des tages haben wir jeden jeden einmal angequatscht so und jetzt müssen wir mit emily sprechen und emily ist hier aber ist das jetzt unseres emily darf ich das verwenden ich weiß es nicht ich glaube im ganzen land und mein gott wir sind durch wir haben wir haben soweit alles wir haben jetzt auch ein schwert seht ihr das wir sind total gewappnet und gerüstet für die anfänger ist ja unfassbar dass wir direkt loslegen und irgendwelche leute verprügeln also wer will pvp ab in die kommentare jetzt müssten wir irgendwie noch mal zu unserem lehrmeister gehen und mit dem reden ich kann ja eigentlich nur unser urgroßvater horst sein vielleicht hat er noch nicht so gern bier getrunken ich weiß nicht vielleicht das erst irgendwie in den letzten generationen passiert ich bin mir da ganz 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 unsicher töte 15 bergwölf also es fängt ab jetzt wirklich an interessant zu werden und leider gottes sind wir aber schon am ende ja dieser lustige war so lustig immerhin eine folge lustige und ihr seht es erinnert mich alles sehr stark an wirklich mmos ja ww like skyrim von mir aus wir haben immer diese standardquests am anfang die mir sagen hey pass mal auf da und da findest du immer deine ansprechpartner da und da kannst du einkaufen verkaufen etc und hier sind bergwölfe platz die mal weg für mich um die nächste stufe zu erreichen also es ist auf jeden fall etwas altbekanntes möchte ich mal sagen es ist etwas altbekanntes das heißt muss ich da gar nicht so lange rein fuchsen schöne sache das ganze wie gesagt wenn er bock hat dass ich das öfters mache dann sagt mir einfach bescheid ich bin damit raus der horst sagt auch noch mal tschüss tschüss sagt tschüss geht doch so also bis zur nächsten folge und tschüss bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020